Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth im Gold Saucer. Wir wollen jetzt mit dem Spezialbrett weitermachen. Bei dieser Herausforderung spielst du auf einem Spezialbrett. Deine Positionen und die deines Gegners wurden vertauscht. Lass dich davon nicht in die Irre führen und greife vorrangig mit Karten an, die auf Angriffe nach hinten spezialisiert sind. Viel Spaß. Ach ja. Jetzt bin ich ja gespannt. Ach, deswegen. Ah, jetzt verstehe ich die ganze Sache. Ja, das ist jetzt doof. Hier, ich muss mein Deck umstellen. Ja. Ich muss eigentlich mein Deck umstellen. Yeah. Perfekte Reihe. Die Karten, die nach hinten gehen, die habe ich jetzt natürlich nicht. Das ist ja super. Also diese NPC-Gegner, die sind schon so... Die haben dann sogar Mitleid. Ein bisschen. Die machen einen nicht ganz so nieder. Ja, ich will nochmal antreten, aber wir brauchen ein anderes Deck. Deck ändern. So. Ach so, ich brauche noch normale Karten, die nach hinten gehen. So, jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen starkes Krempelchen. Was, eins? Acht. Ah, komm. Acht. Ja, komm. Acht. Zwei. Eine noch. Ich habe das mal zu schnell zusammengewürfelt. Ja, ich fasse die Arte. Bringt die Nix-A-Mars-Tool Das war's für heute. Das war's für heute. Hmm. 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 Modifizierter Heli-Schütze. 70 haben wir sogar bekommen. Okay, Unterstützerpartie herzlöser Chadley. Hä? Wieso dürfen wir das nicht machen? Oh nein, warum das denn? Mit wem soll ich denn kämpfen? Ich habe mit der Könige noch nie gespielt. Was ist denn hier? Was haben wir hier? Lass die Fäuste fliegen. Gut, das haben wir schon probiert. Gucken wir mal, ob wir jetzt kläckig schalten. Brachiala Boxer. Ja. Was ist? Angst? Na los, komm! Halt es noch. Was ist? Angst? Ich bin bereit! Ja. Jetzt ist Schluss! Mega-Trank gab's auch. Moppelmogri. Spezialangriffe, okay. Nimm dich in Acht, wenn sein Arm wie wild herumwirbelt und folge einer Gerade von... Gerät, was? Dann folgt eine Gerade von oben. Okay. 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 Ach, das war links. Ach, nach oben. Ach. So. Ach. Ach, das ist. Ok. Ach. Hey! Hey! Reicht für den Tod? Trocken, älter? Es sind neue Gegenstände in der Wechselstube. Okay. Lass mal reinkommen, hier. Lass mal reinkommen, hier. Oh, jetzt hab ich grad voll abgezweifft. Oh, ja! Der hat auch schon eine Stimme, die hier schon mal im Spiele war. Ich muss nur mit meinen Fingern klarkommen und mit dem, was ich sehe. Ja, fängt jetzt super an. Bitteschön. Hey! Ach, nach unten. Hä? Ach, das war wieder nach unten. Sehr gut. Ich wünsche guten Appetit! Nachlässig. Hä? Na, oh. Ja! Tja! Huah! Tch! Na los! Ha! Ja! Ha! Einmal Bio-Spezial! Ich erkenne das irgendwie nicht. Unmöglich. Machen noch dreimal, dann gehen wir weiter. Tja! Ja! Ich glaube, dann läuft mein Kontrollhaus mehr. Ach, das war wieder nach unten. Oh ja! Tja! 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 Sie staunen meine Buskeln in Aktion! Wie nachlässig. Tja! Ach ja! Tja! Nellos! Tja! 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 Einmal noch und dann... Geht's weiter? Hey! Tja! 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 Ach ja! Na los! Einmal Bio-Spezial! Einmal will ich noch, aber da fängt schon langsam an, mich echt aufgezuregen. Einmal will ich noch. Ah, da war ich noch nicht. Das ist ein Wettbewerb. Ach, schade. Einmal bin ich nötig. Oh, sorry. Oh, ja! Oh, ja! 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 Ja 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 Gut, wir haben es alle gemacht. Was gibt es hier noch? Nichts mehr. Können wir noch einmal Auto fahren? Komm, wir fahren noch einmal Auto. Ja! Nicht Auto, Motorrad. Oh! Oh! Hey! Kein Problem. Ach, hier wird's auch recht angreifen, habt ihr gesehen. Ja. 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 Gott, mein Auto ist halt kaputt. Äh, mein Fahrzeug. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immerhin! Wir machen noch einmal! Wir machen noch einmal! Sie lassen uns wieder zurück! Nya! Von Schis! Nya! 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 Ja! Das war's. Ja, 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 ja. Nein! 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 Das ist wirklich wahr! Warum kam da keiner mehr? Okay, wir werden es in der nächsten Runde noch mal probieren. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesenkt und bis morgen. Tschüss.